Was ist die Späte Stunde der letzten Tage? Was ist die Späte Stunde der Pandemie im Winter letztes Jahr beobachtbar? Nämlich, dass die, die öffentlich zur Verfügung gestellten Hilfsmittel, Tools und Plattformen nicht in den Größenordnungen skalieren, wie wir uns das alle wünschen. Das hat ganz verschiedene Gründe und es ist auch mühsig, darüber nachzudenken, warum das alles so sei. Und warum bitte Opal oder LernSax nicht dieselbe Performance hat wie Microsoft Teams oder Google Classroom. Fakt ist, dass Sie, wenn Sie im öffentlichen Dienst und mit personenbezogenen Daten arbeiten müssen, dass es einfach Vorbehalte in Bezug auf den Datenschutz und den Austausch personenbezogener Daten gibt. Das muss man ernst nehmen. Nun ist aber die Frage, was man als Alternative zu LernSax empfehlen kann. LernSax ist eine Plattform, die mehr oder weniger in denjenigen, die mit Moodle arbeiten, weil es darauf aufsetzt, sehr, sehr gut arbeiten können. Es hat ein komplettes Verwaltungssystem, Klassenverwaltungssysteme, bietet die Möglichkeit, Kursbaustein, Kursse anzulegen und Prüfungen zu absolvieren, Aufgaben einzustellen und herunterzuladen. Jetzt ist mit der Verlängerung des Lockdowns das passiert, was erwartbar war, nämlich, dass es zu erheblichen Störungen in der Benutzung dieses Dienstes kam. Sie sehen hier, ich benutze ja einen Service wie Netzwelt. Netzwelt sammelt Störungsmeldungen ein, die sich jetzt speziell auf den Fall mit LernSax beziehen. Und ich erspare Ihnen jetzt den Blick auf die Live-Störungskarte. Sie sollten alle wissen, wenn Sie damit arbeiten müssen, egal ob Sie Lehrerinnen sind oder SchülerInnen, dass es zu erheblichen Problemen mit diesem Service kommen kann. Jetzt stellt sich im Wesentlichen folgendes Problem dar, die Stoßzeiten, zu denen Sie arbeiten, das ist immer das Wochenende. Das heißt, Sie versuchen, in dem Fall auf LernSax alle am Wochenende zuzugreifen, alle ihre Daten einzustellen, Daten zu ziehen. Und meines Wissens werden auch turnusmäßig Termine ausgegeben, wann man zu welcher Zeit welche Aufgaben einstellen soll und oder nicht. Das ist für so einen Service extrem kontraproduktiv, weil er nämlich tatsächlich nicht auf Lasten vorbereitet ist. Das heißt, wenn Sie sich alle darauf einigten, am Montag um 8 Uhr Aufgaben einzustellen oder am Mittwoch um 8 Uhr Aufgaben einzustellen, dann können Sie damit rechnen, dass dieser Service in die Knie geht und gar nichts mehr funktioniert. Das, was UserInnen dann üblicherweise tun, ist, so lange F5 zu drücken und immer wieder neu einen Service zu starten und zu laden, damit sie vielleicht doch irgendwann in den Kö kommen, also das heißt, in die Worteschlange, um Dateien einzustellen. Und das überlastet den Service noch mehr. Das heißt, er steht noch weniger und noch länger nicht zur Verfügung. Und das ist ein Teufelskreis. Wenn das regelmäßig passiert, dann befindet sich so ein Service permanent unter Last. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder warten Sie darauf, dass sich die ganze Lage verbessert. Das wird es auf absehbare Zeit und sehr schnell nicht. Oder Sie wechseln auf eine sichere Alternative, die Sie als zweite Alternative etablieren, neben der offiziellen. Ohne, dass Sie darüber aber personenbezogene Daten ablegen, austauschen und natürlich Bewertungen vornehmen, aber auf der Sie kommunizieren und sich austauschen können, ohne dass Sie entsprechendes IT-Know-how haben oder ein eigenes Blog pflegen müssen oder eine eigene Cloud-datenschutzkonform einrichten und so weiter und so fort. Das, was ich Ihnen empfehlen möchte als Ausweichalternative, die man bedienen kann und sollte, ist das sogenannte CripPad. Um nicht eher zu sagen, der sogenannte CripDrive mit entsprechenden Anwendungen, die Sie hier tatsächlich schon auf der Startseite aufgelistet sehen. Den Link zum Service verlinke ich in der Beschreibung des Videos. Was Sie mit dem CripPad anfangen können, Sie sehen hier, Sie haben eine rudimentäre Office-Umgebung. Das heißt, Sie können Textdokumente anfertigen, Sie können Tabellenkalkulationen anfertigen, Sie können ganze Präsentationen anfertigen gemeinsam, kollaborativ mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Sie können Umfragen starten und Sie können Kanbarns anlegen. Kanbarns sind im Wesentlichen das, was sich unter dem sogenannten Padlet im Moment größter Beliebtheit erfreut in den Schulen. Das heißt, hier hätten Sie die Option, ein solches Padlet, das nicht Padlet heißt, sondern Kanbarn in diesem Fall, weil es die Struktur beschreibt, schon in dem CripPad nutzen können. Daneben haben Sie ein Whiteboard und ein CripDrive, um Dateien anzulegen. Der Zugang ist kostenlos. Das Ganze arbeitet Ende zu Ende verschlüsselt. Und Sie haben hier eine Option, um gemeinsam mit Ihren Schülerinnen Daten auszutauschen. Und ich zeige Ihnen gerade, wie das geht. Melden Sie sich einfach an, gehen Sie dann auf Ihr jeweiliges Konto. Und Sie sehen schon, neben verschiedenen Dokumenten, die ich hier verwende, habe ich bereits einen Ordner angelegt, Ordner Klasse 7. Und das Besondere an diesen Ordnern ist, diese können Sie einfach freigeben und teilen. Sie können den Zugriff steuern. Und Sie sehen hier die Möglichkeit, dass alle die Zugriffsrechte, die Sie diesen Link kennen, Zugriffsrechte haben auf diesen Ordner und entsprechende Dateien verändern können oder nicht verändern können. Wenn Sie diesen Link kopieren, können Sie ganz einfach die Dateien in diesem Ordner austauschen und mit Ihren Schülerinnen kommunizieren. Des Weiteren können Sie den Zugriff freilich steuern, indem Sie ein Passwort vergeben, das den Zugriff erschwert. Und wenn Sie Ihre Schülerinnen tatsächlich bei dem Cryptpad anmelden, können Sie hier auch eine Zugriffsliste aktivieren, die es personenbezogen erlaubt, den Dienst zu nutzen und zuzuweisen. Wenn Sie diese Sicherheitsstufe nutzen wollen, tun Sie das. So ist der Zugriff von außen natürlich erschwert. Und falls irgendjemand sich den Link gerade kopiert hat, das wird schwierig, in den Ordner hineinzukommen. Das ist nämlich nicht ohne weiteres möglich. Jetzt gehen wir mal verschiedene Szenarien durch, wie Sie so ein solches Cryptpad nutzen könnten hier im Ordner für die Klasse 7. Als allererstes bietet es sich vielleicht an, ein Dokument anzulegen, das Sie für das gemeinsame Chatting nutzen können. Und dann können Sie hier tatsächlich einfach zeilenweise chatten. Das ersetzt jede Art unsichere Messenger, WhatsApp, Telegram und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie auf den Datenschutz Wert legen, können Sie ein solches Dokument als Chatdokument verwenden. Gehen wir mal zurück. Das liegt jetzt auf der oberen Oberfläche. Das nächste wäre ein Dokument, das Sie anlegen könnten, das einfach Protokoll heißt. Protokoll. Und indem Sie die einzelnen Sitzungsverläufe oder Ihre Stunden dokumentieren. Dann könnte Sie es anbieten, dass man so einen Ordner anlegt wie Aufgaben. Und Sie ahnen es vielleicht, Moment, den benennen wir nochmal um. Obwohl, benennen wir nicht um. In diesem Ordner können Sie Ihre Aufgaben hinterlegen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch eine Besonderheit. Sie können hier jede Art von Dateien einpflegen, die Sie möchten. Hier jetzt zum Beispiel, das sind die aktuellen BAföG-Regelungen für die Studierenden in unserem neuen Bachelorstudiegang. Also es ist kein geheimnisvolles Dokument. Aber Sie können diese Dateien via Track & Drop in Ihrem Aufgabenordner ablegen. Und Sie sehen, jetzt ist diese Aufgabe eingestellt. Und gleichzeitig, das werden Sie auch hier sehen, haben Sie ein Gigabyte an Datenspeicher frei. Das ist nicht so viel. Also das heißt, Sie sollten hier keine Videodateien ablegen und keine großen Soundfiles, auch keine großen Bilder. Aber um mit Textdokumenten zu arbeiten, reicht es durchaus aus. Sie können allerdings auch Ihre Aufgaben hier direkt in einem Textdokument formulieren. Und ich gebe das jetzt dem mal den Titel Aufgaben, um das zu illustrieren. Und dieses Dokument können Sie natürlich fortschreiben. Das heißt, das wird verändert und ist immer im je aktuellen Stand für alle Nutzerinnen in dieser kollaborativen Umgebung einsehbar. Dann können Sie hier in diesen Aufgaben einen neuen Ordner anlegen. Sie können das auch anders strukturieren. Ich mache das jetzt mal nur exemplarisch. Lösungen. Und in diesem Ordner können Ihre SchülerInnen Ihre Aufgaben einstellen, ohne dass Sie komplexe Lernumgebungen dafür brauchen, die Sie kontrollieren müssen. Alles ist immer da. Aber achten Sie nur dann in dem Fall darauf, dass Ihre SchülerInnen sich sehr schnell angewöhnen, und bitte Ihre Dokumente mit dem entsprechenden Nachnamen zu versehen und Ihnen nicht doc1.docx dann überschreiben in Ihren Ordnern. Das heißt, wenn eine Datei überschrieben ist, ist sie weg. Gehen wir mal weg von den Aufgaben. Sie sehen schon, das ist eine typische Form, wie man dann kommunizieren kann. Eine andere Form wäre dann, dass man Material anlegt für die Sitzungen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Kanbarns anlegt, mit denen man würde gerne keine Vorlage nehmen, mit denen man dann zum Beispiel typischerweise so eine Padlet-Struktur realisieren kann. Deswegen nenne ich das Ganze jetzt auch mal so Padlet-Wochenplan und schließe das wieder, damit man mal die Oberfläche sieht. Und so sehen Sie, können Sie Ihr ganzes Unterrichtsmaterial klassenspezifisch präsentieren, können hier gemeinsam arbeiten, ohne dass Sie in dem Augenblick auf Lernsatz zugreifen müssen, wenn Sie merken, dass sich die Performance des Service nicht wesentlich verbessert. Eine andere Option, die ich Ihnen jetzt zum Schluss noch zeige, das geht jetzt ein bisschen weiter, da können Sie auch gerne sich ausprobieren, ist, dass Sie gemeinsam Präsentationen anlegen. Überhaupt kein Thema in dieser Umgebung. Sie können Umfragen anlegen. Das heißt, Sie können auch Ihre Lernerin mit Gamification-Ansätzen erfreuen. Und schlussendlich haben Sie auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Whiteboards. Das heißt, hier haben Sie einen gemeinsamen Desktop oder eine Tafel, auf der Sie gemeinsam arbeiten können. Sie sehen also, das ist eine vollwertige Alternative zu den Services, die Ihnen Lernsatz anbietet, wenn Sie Prüfungen einmal ausnehmen und zum Zweiten die Benotung und Bewertungsroutinen, die Ihnen Lernsatz anbietet. Allerdings ist das eine sehr einfach einzurichtende Form, um sich möglicherweise autark zu machen, wenn ein Service nicht zur Verfügung stehen sollte. Und CryptPad genügt den Datenschutzvorgaben, die Sie an den Schulen, in den schulischen Umgebungen brauchen. Das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen heute zeigen wollte, also als Alternative zu zentralen Diensten. Wenn diese ausscheiden, können Sie so mit dem CryptDrive eine sehr einfache Umgebung, Lernumgebung realisieren, die für die meisten intuitiv zu bedienen ist und für solche Notfälle, wie wir sie jetzt im Moment haben, vollkommen ausreicht. Ich hoffe, dass Ihnen das als Hilfestellung dienen kann und bin gespannt auf Ihre Anregungen, Kommentare, Fragen dazu. Hoffe, dass ich Ihnen damit eine echte Alternative zeigen konnte, die Sie dann auch, wenn es nur tut, einsetzen werden. Und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Und bin ganz herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020